Musik Dieser Campingplatz ist optimal gelegen für Wien-Besuche. S-Bahn-Station und Bushaltestelle 200 Meter vor dem Platz und dabei gleichzeitig eine Ruhelage am Stadtrand von Kloster Neuburg mit Blick auf das mächtige Chorherrenstift. Musik 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 Der Babenberger Leopold errichtete Anfang des 12. Jahrhunderts seine Residenz unweit der heutigen Stiftskirche. Zu dieser ließ er den Grundstein am 12. Juni 1114 legen und holte den Orden der Augustiner Chorherren nach Kloster Neuburg. Seitdem wirken sie hier und in den ihnen anvertrauten Pfarrern nach der Regel des heiligen Augustinus. Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Es gibt auch ein großes Sortiment an Weinen aus dem Stiftseigenen Weinanbau. Der Kahlenberg ist der bekannteste Aussichtspunkt auf Wien. Die Josefskirche erinnert an die Befreiung der Stadt von der Türkenbelagerung 1683 durch das Entsatzherr von hier aus unter der Führung des polnischen Königs Johann III. Sobieski. Von hier aus lohnt sich auch ein Abstecher in das ca. 90 Kilometer entfernte Bratislava. Bratislava ist die Hauptstadt der Slowakei und mit fast einer halben Million Einwohnern die größte Stadt des Landes. Als politisches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum ist Bratislava Regierungssitz der Slowakei und Standort mehrerer Universitäten, Museen, Theater und weiterer historischer Bauwerke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020